recht herzlich willkommen zur 165 folge von city skylines ja der maz hatte mir geschrieben dass ich da was falsch verstanden habe und ich hatte hier gewerbe ja erhöht nicht erhöht sondern diese habe ich hier erhöht und er meint mit gewerbe den kommerz und ich hatte verstanden der meint das hier gut lassen wir so ich glaube jetzt ist es richtig so mal schauen gewerbe kommt auch noch dazu dann können wir das mal schließen hier meine rote zahlrad gesehen die in der null war wir kriegen noch ein bisschen plus alles gut so wir waren zuletzt bei den straßen verbindung hatte linien war das nah oder so hier waren wir und zwar bei den bussen und ich glaube wir hatten da die linie 31 noch erledigt normal aus die linie 31 an gehen wir mal hin fahrzeug anzahl ist 100 prozent linie habe ist klar gut so die nummer also die hat mehr da brauchen wir nichts machen so ist es gerade noch mal checken ob das so ist die fährt da lang dort lang hier lang ist auch klar da brauchst du zum drehen dann ich glaube die 31 haben wir vielleicht nicht gemacht macht das mal weg geht dann noch mal hin in den übersicht ne ich muss doch dieses hier aufhaben um das zu sehen okay das ist jetzt die linie 31 na ja die fährt jetzt hier lang da lang da ist nun sollte stelle da unten ist eine da ist eine da ist eine da ist keine dann ist am bahnhof wieder eine da ist eine da ist eine da ist auch eine hier ist jemand oder jemand ist gut da ist eine da ist eine ich würde hier noch einer lang machen da reda um da war eben einer da ist keine ist hier noch eine nicht wirklich aber dann würde ich mal sagen macht doch da eine nein so gut dann fährt er wieder zurück können ruhig da welche hin machen wo gegenüber geht da so eine so und dann ist wieder der kreislauf gegeben das war linie 31 jetzt kommt linie 35 da 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 dort wie das ist linie 35 cross aber lassen wir so linie 36 36 ist hier was da geht es lang hier ist keine haltestelle machen wir da eine hin die ziehen wir mal noch da hinten mehr da ist eine da ist eine dort ist eine dort ist eine die heute ich für überflüssig und da ist eine da haben wir eine da meine die fahren dann hier lang ja machen wir mal da auf der seite eine dort die halte ich für überflüssig dann weil da ist auch schon eine und dann ist noch mal eine diese hier machen wir weg passt schon dann leider ist da die straße zu deswegen geht es ja auch hier lang nirgendwo mehr lang so und dann kommt die von da wieder weg und fährt hier irgendwo lang ach so zum busbahnhof dann hin oder nee noch nicht mal das versteht jetzt keiner das ist ja eine riesengroße linie dann also hier lang fahren verstehe ich ja noch aber dann habe ich das verständnis jetzt nicht dafür dass die da hinten rum fährt aber das liegt wahrscheinlich weil die sonst hier lang vor und das geht nicht mehr weil hier sind doch gar keine haltestellen ne die fährt da lang weil da vorne kein weg mehr ist hier ist noch eine die machen wir dann weg und dann geht das so und dann passt das das ist dann schon okay so ich weiß jetzt nicht warum die hinten lang fährt aber auf jeden fall kann sie können die hier wechseln 36 aus 37 an dann geht es dahin die fahren hier los von da lang hier ist keine haltestelle machen wir eine hin fährt da lang fährt hier rein fährt da lang das macht ja alles sinn ich glaube das hier macht gar keinen sinn mach die mal weg fährt außen lang und dann da lang und das passt dann das ist dann schon viel besser so da mal eine bus haltestelle da meine und da ist eine dann würde ich sagen kann ruhig hier die hin so und mal keine nein kommt hier vorbei fährt da lang und ist wieder da passt so die weg nächste hier ist ein wechsel die fährt hier runter nee da sind wir bei der falschen das ist die u-bahn wir müssen jetzt die blaue angucken so ist es fährt hier lang fährt da lang fährt dort lang dort lang hier die häuserschlucht rein da lang da lang dort lang da zurück da lang okay kommt dann wieder den weg fährt da zurück und ist dann wieder da passt die 39 die 39 die 39 die ist hier irgendwo hier unten runter muss eine bus haltestelle sein das ist der umsteiger oder? ah da ist es fährt da lang dort lang da lang da lang dort lang fährt hier ein bisschen kompliziert fährt da lang fährt da lang die fährt der aero doppelt lang ne? hm also hier kann ich es verstehen umsteigen auf das fährt hier lang das ist alles gut fährt dann hier lang macht jetzt nicht wirklich so einen Sinn dass die da lang fahren ne? mach die mal weg und schon sieht das besser aus fährt da lang dort lang die können ja ruhig da sein aber da lang da lang hier lang dreht hier hinten irgendwo wohl um oder? macht so einen ganz großen Schlenker hier noch lang interessant das ist auch wieder ganz kompliziert hier weil diese Straße da kaputt ist alles klar da hier ist es noch okay da lang fahren ist auch noch okay aber hier müssen wir was ändern die fährt jetzt da lang ohne ohne einen Halt dann mach das da mal weg und das auch und schon ist dieser Bogen da raus so jetzt müssen wir nochmal gucken hier ist eine Haltestelle da ist eine Haltestelle hier unten war auch eine da ist auch eine kommt hier lang da war die letzte Haltestelle da ist auch eine wo ist hier die nächste hier ist keiner so da ist einer sehe da keiner ist auch okay dann da ist jetzt was schief gelaufen hm will er da nicht hin machen ne da auch nicht jetzt ist da eine lass am Friedhof umsteigen passt schon oder hier besser mache so mach die am Friedhof wieder weg hier ist nix da machen wir eine hin hier ist auch nix machen wir eine hin hier noch eine hin wo fährt sie hier lang ja das ist hoch kompliziert hier ne weg keine ahnung warum der jetzt hier noch lang fährt weil da noch einer ist ok und wo ist jetzt die Haltestelle da 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 lang da lang da lang da lang da lang da ist einer fast kommt hier auf die schnelle Straße fährt da lang fährt da lang diesem wunderbaren Tunnel bis nach da kommt da wieder raus und da ist eine gut ich glaube die ist auch passend nächste bitte ja hat da eine habe ich die nicht schon gehabt klar habe ich die gehabt und die haben wir gerade gemacht oder die haben wir auch schon gehabt jetzt habe ich hier irgendwas faul gemacht ne keine ahnung was noch mal die ist das die habe ich gebaut die geht hier irgendwo lang fährt da lang dort lang da noch eine Bushaltestelle hin machen ok da ist jetzt auch noch jeweils eine lasse dann da da ist eine muss er da zum drehen fahren ist auch klar da brauchen wir nur eine das passt dann kommt wieder fährt hier lang zurück ist da ist dort dort da ist noch eine dreht da um und kommt da wieder fast aber hier es zieht also doch ist zweimal das ist nur überlagert von der Lina deswegen sieht man das nicht alles gut nächste so die ist auch kaputt dann würde ich sagen machen wir mal erst diese Richtung die fährt da lang kommt dann wieder alles gut alles gut ist auch gut so und da irgendwie sabbert ja das ist die frage ne ne macht er jetzt wieder nicht ah das ist jetzt hier wieder verkehrt gelaufen oder was warum ist das Linie 36 ich habe doch keine Linie 36 gehabt aber hier da das ist er haltestellen neun fahrzeuge null ist klar weil die nicht fahren kann so da kommt noch zusätzlich eine hin haltestürzen verlängern ziehen ne ich wollte sie nicht verlängern kommen wir da wieder raus ja das funktioniert nicht das funktioniert nicht boah ich weiß jetzt nicht wie ich es machen soll so jetzt haben wir hier ich glaube jetzt ist es nicht richtig jetzt möchte ich gerne diese Linie auswählen ey da habe ich jetzt auch rein so und jetzt schließen einfach macht er nicht warum macht er das nicht wieder war das jetzt nicht die Linie oder was nein ne wieder verkehrt gemacht ja läuft ne diese Linie hier warum die jetzt alle zum gucken sind weiß ich auch nicht ich hätte gerne diese ist diese oder nicht wirklich ist schon wieder eine andere ich bin bald soweit und löscht die alle raus ne wo ist da die Linie ne sieben haltestellen hier ist das auge an wird aber nicht angezeigt ne ist das jetzt die Linie die ich hatte irgendwas ist hier ganz arg empfohlen Linie 42 ja ich denke mal hier machen wir erst einen Stopp ich komme wieder nicht hinterher warum das so ist die Linie habe ich aber auch schon glaube mal gehabt so wie ich das aussieht die habe ich mir schon mal angeguckt jetzt sieht man hier auch wieder das ist da und das ist da und ich weiß nicht warum die an sind die ist auch an und diese ist das vielleicht die ich bearbeitet habe weiß ich nicht 42 ist diese jetzt 42 mal angucken ist da sieht auch gut aus jetzt machen wir die 41er nochmal da muss ich hin und das ist die die kaputt ist oder wie sehe ich das das ist zehn haltestellen aber keiner weiß wo ne hier ist keine straße oder die ist weggerissen aus Versehen so die müssen wir nächstes mal dann bearbeiten aber wie es geht noch keinen blassen Schimmer müssen wir gucken ok ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs zuschauen und würde mich freuen wenn ihr das nächste mal auch wieder mit dabei seid bis dann tschüss 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 tschüss